Justen, I have a problem? Hehe, ich hör's. Ich bin aber schon unterwegs. Kann man da aufstecken, ne? Ja. Der Peter hat eine Boogiebomb gekauft. Jetzt ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber... Peter ist da. Da hin? Okay. PIZZA! Jetzt ist es gut für dich. Der ist ja unterwegs, Leute, da kommt echt der Geh, ne? Äh, 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 äh. Ja, das leidet. Blei, ein Snape ohne Visier. Das ist weg, der deiner kommt nicht mehr. Ich suche ihn noch. Er kommt schon, glaube ich. Er ist bei uns. Warte, er kommt drüber, er kommt drüber! Zwei Leute! Ja, die stehen aber nicht mehr, ist er hin. Irgendwo, woher kommt er rein, gau? Wo ist der andere rein, gau? Warte, äh, hinterm Dresort hier. Nein! Kämmer. Ja, merke ich gerade. Das bringt denen noch nichts. Der hat noch der Snape-Baito gekriegt. Was? Alter, der war rein. Alter, was? Robin, wo warst du? What? Ich bin für ein Sieg gewesen. Hä? Ja, zwei Gegner, Täter. Weil er gar nichts mitkriegt, dass du hin bist. Der sagt ja nichts! Ja, aber ich hab eh gesagt. Was? Was? Das ist der Psi, bei mir. Hä? Wo ist denn da? Soll ich mir was in der Boti? Aua! Aua! Okay. Ach du Scheiße! Hey, stehen bleiben. Ich hätte ein bisschen Unterstützung brauchen gegen die Pods. Ja. Nichts zum Heulen und kaum Ammo. Oh, fuck! Ich bin nicht! Und mehr zur Werke! Ich bin nicht! Ah, weh. Scheiß Botolendi da. Da unten in der Tier steht er. Ja. Scheiße Bot. Ja. Ich bin schon erledigt. Ja. Nein, der Pod steht vor der Tier. Ja, nö. Ich komm. Ich fahre wie die Pod sind denn. Ich bin auf und zu wo. Hahaha. Scheiß'n tut er. Da oben? Ja. Ich gehst du mit durch die Tier, eh? Ah, da, da. Du musst... Ich kann nicht, ich kann nicht leider, Feri. Ich bin parentisch. Ich bin parentisch. Ich bin parentisch. Ich bin parentisch. Robert, Arbeit. Hahaha. Hahahaha Hahahaha Warte herr Hey da find ich mich! Hahahaha Was ist da hin? Robin Jetzt haben wir der Bob gefinisht Hahahaha Jetzt haben wir der Bob gefinisht Es hat uns nicht gefinisht Hahahaha Scheiß Gott haben mich gefinisht Das Bob gefinisht Das hat uns nicht gefinisht Robin gehst bitte zum Reboot-Van Ja Der Bob nix in der Bob Wahrscheinlich nicht Oh weh Oh weh Der Bob Ich bin eingeladen Der Bob Der Bob Nix Jede Die Der Bob Die 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 Ja Noch Was soll ich das gar nicht verkehrt? Der Fall mit seiner Rutsch ringt, wo? Ja, der Gegner bei mir. DAS A HALT! A HALT? Das war der HALT. Wo ein HALT? Ja, ich hab ihn angeschossen. Ich muss dich nicht aneinander. Ich hab da die Resslinge, die Menschen sind. Ja. Die Avengers! Die Avengers! In blau. Assembled days, oder? Assembled days. Ah, die Hälfte ist hier drauf. Let's go. Ich bin der Greifhager. Greifhager! Greifhager, Assembled. Ja, am besten nicht, Robin. Töten, töten, töten! Jeder braucht ein Geschütz. Wir müssen quasi jeder ein Geschützturm, sondern ein Geschützturm. Und dann gehen wir auf die Insel, setzen uns dort hin. Alle drei Geschütze, dann kommt der Gegner hin, und dann ist er hin. Drei auf drei. Gehen wir auf die Insel. Stopp! Ich bin geriftet. Ich bin geriftet, aber nicht geriftet. Hä? Ich bin geriftet, aber irgendwie nicht geriftet. Das war ganz komisch. Ah, ich bin auf die Insel. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Ich bin geriftet, aber auch nicht geriftet. Ich bin geriftet, aber auch nicht geriftet. Ich habe von Ingo gegner geschossen. Ah, ja. Dort vorne irgendwo. Da ist er geriftet. Da ist er geriftet. Wer war das? Ich habe drei gefliftet. Nein, wirklich nicht. Ich habe das nicht geriftet. Das war Fail Rift. Deswegen wurde er geschützt. Ich habe mich nicht geriftet. Ah, da unten hat er einen Kill geschnarrt. Da hat er rebooten. Da hat er rebooten. Da hat er rebooten. Ja, da hat er rebooten. Da drüben hat er geschaut. Der hat geschaut. Der hat geschaut. Der hat geschaut mit seinem Messie. Da fliegt einer. Und hinten ist einer. Du bist auf der Leichter. Du bist auf der Leichter. Du bist auf der Leichter. Oh, ich da muss. Das ist ja nett. Da hinten war er drüben. Oh, komm. Wie geht das? Nein, wir machen. Das ist ja nicht. Du bist bei der Mini-Titz. Bei der Mini ist man nicht. Das ist ja gerend. Oh, fuck. Sag aber, wie trifft der? Ich sehe ihn schon, wenn er mal her fliegt. Was ist das? Du hast mich die ganze Zeit der Muscha getroffen. Hä? Oh, der hat der Stunkwehr mit ihm. Nein, nein. Der hat der Sniper. Nein, der eine hat der Stunkwehr mit ihm getroffen müssen. Der eine vielleicht, aber der andere hat der Sniper. Vielleicht auch ein Piggy. Von mir wird es schon wieder belagiert. Komm mir auf da. Ich hatte die Dschung vom Huse. Kannst du Distanz? Ich рассchke mich für die Dschung. Ich bin jetzt gerade mit ihm. Dschung. Du bist gerade mit ihm. Ich will dir das für dich. Höfere Insel! Hinter mir ist er! Hinter mir! Irgendwo! Wo ist er? Ich weiß nicht! Hinter mir ist irgendwo einer! Hilfe! Hilfe! Ich weiß nicht wo er ist! Die stehen richtig vorne. Links! Ja, wo ist dann wo? Ich hab keine Ahnung wo... Ja, das ist alles. Okay, das ist nicht mehr. Der da vorne ist gleich an! Ich brauch nur Hilfe! Ich hab keine Ahnung! Hä? Ich hab zwei! Weg hier! Bis hoch! Bis hoch! Ich versuch hier grad! Nein, das war einer! Du darfst ein bisschen halten, du darfst ein bisschen halten! Lauf nicht mehr lang! Ich hör mich grad an der Waun nicht lang! Schau! Ich hab grad großartige, große Probleme da! Wenn wir alles nachmachen! Das war was schlecht da! Auf jeden Fall nehmen wir die Potage da vorne mit! Ah, Scheiße! Auf jeden Fall machen wir das hier! Ah, Mini, toll! Da ist der Bauernhof jetzt nicht verkehrt! Das ist Höllung drin! Oh-oh! Ah, geh ja! Ah, ich mach den! Ah! Scheiße! Irgendwann, pass auf! Ach, bock! Er trifft mich wirklich, das war schlach! War schlecht! Wo ist die Zone? Wollte der mal den Sniper hinzugeben? Äh, ich glaub die Zone will mich umbringen! Hat sie jetzt 5er Damage macht schon? Es ist dragging an! Wieso schon wieder?! Die Zone ist gut, ich glaub die anderen! Ich huu euch wieder! Oder auch nicht? Ich huu euch wieder! Ja! Du bist jetzt! Äh, lecker 5er Damage! Ah ja, noch mehr Medikids! Ja! Äh, los noch mit der Zone! Hä, ich hab gesagt! Ich will den Sch... Wohin? Ich bin außerhalb der Zone! Das geht nicht rum, da haben kein Klink! Ah, das geht schon so lange bin ich noch nicht außerhalb der Zone! Ah, wieso schlägt der?! Hörn, 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 hörn! Ich will gleich einen Sniper-Schuss oder dringend, so schaut's aus! Ist eh der Fall! Ist noch ein Medikid! Gib mal, dass wir ein Medikids! Haha! Oh, ich hab's überlebt, ist ganz so! Na, gleich nicht einmal! Ja! Nicht, wenn irgendeiner... ...mich siegt! Auf jeden Fall, ich hab' nichts zu hören! Äh, ich mein, außer Medikids halt! Ah, ich kann ja nicht besiegen, das geht nicht! Nicht mit dem Ofen! Na, definitiv nicht! Es ist 3 gegen 1! Ich mein, ja, mit dem Sniper könnte ich vielleicht werkeln, aber... Da muss jeder Heldschutz sein! Ja! Ja, unwahrscheinlich, ja! Wo sind die alle überhaupt? Vor mir irgendwo! Ja, komm schon, ja! Außerdem hab' ich... Ich bin außer mich schon... ...körperfasst One-Shot! Ein Schuss mit dem Sniper und dann bin ich hin! Jo! Da steht er! Vor dir! Ja, hab' ich gesehen, hab' ich gesehen! Ah! Bisschen, der Pater! Ölf Kiss, ja! Zwei Shots! Was... Was will ich noch machen? Keine Chance mit 3 gegen 1! Ah, weh! Bisschen, ne? Bisschen!